Mann, hallo, hallo, ein bisschen leiser bitte, hallo, oh mein Gott, die hören schon den ganzen Tag den neuen Taube-Song von Roman und Lars, alter, die ne, mein Gott, macht ihr zwar ein bisschen leiser, ich hoffe ihr habt wenigstens die neuen Taube-T-Shirts, die gibt's nämlich auf shop.arisol.de und der Link ist unten in der Videobeschreibung, okay, egal, hört einfach weiter den Song, und für euch Leute, ihr könnt natürlich auch den Song hören, der Link ist in der Videobeschreibung, schaut auf jeden Fall mal vorbei, und auf shop.arisol.de, da gibt es nämlich neuen, coolen Merch, checkt den unbedingt mal aus, ist sehr, sehr fresh, und ich würde sagen, let's go mit dem Video, Leute, hi, was geht, was geht, was geht, wir spielen heute, passend zum Thema, ein cooles Spiel, nämlich spielen wir heute Pigeon Squad, also den Taube-Simulator, und wir sind heute hier im Taube-Simulator und sind eine kleine Taube, die eine kleine Krone trägt, weil wir sind die Könige, Leute, ihr wisst es, ja, die Tauben-Gangs, keine Ahnung, was das hier gerade sollte, Leute, wir sind auf jeden Fall die Tauben-Gang, und wir müssen hier mal gucken, ich glaube, wir können hier, sind das Steine, oder sind das, ach, das sind Sonnenblumenkerne, nice, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal 24 Brot gesammelt, gib uns einfach Brot, gib uns einfach Brot, yeah, yeah, was sind das da eigentlich, sind das so Brotkrümel, aber hier hinten sind auf jeden Fall, pick, 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 mach die Taube, jetzt, lol, wie geil ist dieses Game, bitte, hä, oh mein Gott, das ist voll nice, voll die Techno-Taube, wenn die so dick, 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 oh, wir können hier jetzt für 100, können wir uns ein Ei holen, hey, jetzt sind wir zu zweit, High-Five, Taube, okay, dann nicht, so, dann lassen wir mal gucken, wir können jetzt hier zu zweit einfach, oh, Junge, jetzt gibt es hier richtige Tauben-Gang-Action, die Tauben-Gang hat nur Brot im Sinn, und du triffst sie auf dem Parkplatz von Burger King, nice, ähm, Level-Up, 100, oder wollen wir uns noch einen Vogel holen, wir holen uns noch einen, oder, jetzt sind wir hier zu dritt, Leute, das ist die Triple-Tauben-Gang, ich frag mich, wie viele wir am Ende hier rausbekommen, das wär mega nice herauszufinden, ich will richtig viel, ich will die größte Tauben-Gang haben, die es überhaupt nur gibt, okay, lass mal da hinlaufen, oh mein Gott, wir haben einfach weggepickt, Mann, lol, okay, okay, also, es gibt hier dann sozusagen auch Gegner, ähm, die wir hier platt machen können, und das hier sind, glaube ich, Sonnenblumenkerne, die wir machen können, lass mal ganz ein bisschen schauen, so, wir sammeln hier erstmal die ganzen Sonnenblumenkerne ein, das ist auf jeden Fall ein Gegner, aber um den kümmern wir uns später, alter, haha, das ist so nice, oha, Tortilla-Chips, pick, 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 macht die Taube, yeah, let's go, Leute, wie findet ihr eigentlich den Tauben-Track, findet ihr den cool, oder findet ihr den cool, lasst das nicht mal unten in den Kommentaren wissen, okay, jetzt kommen wir hier zum Ant-Boss, und wir greifen ihn einfach an, aber der hat, oh mein Gott, oh mein Gott, er hat mich fast gekillt, er hat fast die Boss-Taube zerstört, einfach gegen den King, gegen den King himself, wir hätten fast verloren, oh mein Gott, okay, ich glaube, wir müssen uns auf jeden Fall upgraden, oh, jetzt sind wir größer geworden, yoho, Taube, immer noch nicht, okay, lass erstmal hier, oh, nice, Pizza, 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 das ist das, was Tauben denken, Leute, Donut, 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 Pick, 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 da sind zwei Gegner, sehe ich gerade, Pizza, 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 Donut, 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 nice, okay, alles einfach aufpicken gerade, yo, wir sind einfach wie so ein Mähdrecher, Oh, okay, okay. Oh, 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 oh. Oh, 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 okay. Okay. Also, wir sind fast tot und eine geliebte Taube unserer Taubengang ist gegangen. Eine kurze Schweigeminute für unsere Taubengang. Okay, weiter geht's. So, also, wir sind wieder hier back. Oh mein Gott, okay, es geht schon direkt los. Ey, die Taube ist wieder zurück. Sie haben unsere Gebete erhört, Leute. Die Taubengang ist unbesiegbar. Ich sag's euch. Taubengang ist einfach unbesiegbar. So, also, hier die ganzen Stuff ein. Los, Sonnenblumenkerne. Oh, die laufen aber auch echt ziemlich schwierig hier. Was ist das hier? Okay, Taube. Pick, 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 pick macht die Taube. Okay, kriegen wir hier Leben dazu? Ah, okay. Ah, okay, okay. Also, es funktioniert tatsächlich. Aua, 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 Hilfe! Es funktioniert tatsächlich, dass wir durch Essen wieder Leben bekommen. Was sehr, sehr gut ist, weil so können wir überleben. Und das ist sehr, sehr wichtig als Taube. Denn als Taube hat man sehr, sehr viele natürliche Feinde. Zum Beispiel... Der Löwe. Wir machen weiter. Das war, ähm, ja. Wir holen noch eine Taube. Das ist sehr, sehr cool. Oh, wir hatten sogar genug Geld, um uns noch zwei Tauben zu holen oder ein Upgrade. Aber erstmal müssen wir uns hier drum kümmern, dass hier die Taube erstmal verschwindet. Das ist nämlich hier eine böse Stadttaube. Aber wir sind die coolen Tauben. Wisst ihr, wie ich meine? Wir sind krass. Wir haben eine Krone auf. Das bedeutet, wir sind heftig. Oh, oh mein Gott. Okay, wir haben eine wieder verloren. Aber jetzt haben wir uns kurz geradzt. So, hier war doch auch noch irgendwo eine, die hier Probleme gemacht hat. Hey, was stressst du hier so rum, Mann? Runter aus meinem Viertel. Was willst du hier? Weg mit dem. Oh, wir haben schon wieder eine Taube verloren. Eieieiei. Also, es wird doch ein bisschen schwieriger von Level zu Level. Und es dauert auch immer ein bisschen länger, 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 hier die ganzen Dinge aufzupicken. Aber okay. Hier, die Königtaube kriegt natürlich immer am meisten, weil sie die Königstaube ist. Das bin ich, ja. Deswegen, Leute, falls ihr mich auf der Straße treffen solltet, schenkt mir einfach Brot, okay? Dann bin ich zufrieden. Ich brauche nichts anderes. Kein Geld, kein Handy, kein Auto, kein krasses. Ich brauche einfach nur Brot, okay? Das ist das Ding, was ich brauche. Einfach Brot. So. Wir graden ab. Oh, ja, okay. Dann können wir sozusagen unser Squad upgraden. Dann machen wir das hier nochmal. Jetzt haben wir drei große Tauben. Drei erwachsene Tauben. Dann kämpfen wir jetzt erstmal hier gegen die Kleinen und die Großen. Oh, oh, oh. Zerfetzung. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was war das gerade? Das war ja die absolute Zerstörung. Die werden voll stark. Ne? Guck mal, wie sie da stehen. Wohin gehen wir jetzt? Ne, warte. Das war grad ein Huhn. Moment. Das ist falsch. Kein Huhn, sondern wir sind ja Tauben. Die Taubengang. Oh, oh. Die schaffen wir auf gar keinen Fall. Dang. Ich glaube, die schaffen wir nicht. Guck mal her. Okay. Erstmal gegen dich hier. Aua. Okay, das ist krass. Das ist krass. Ich glaube, wir müssen auch hier in dem Level dafür sorgen, dass wir die eine Taube sozusagen weglocken. Hiermit. Komm mal her, du kleine dumme Taube. Ei, 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 ei. Muchas gracias. Bitte, 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 bitte. Okay. Okay, wir sind noch immer am am Leben, alle. Wir haben es geschafft. Okay, okay. Aber schaffen wir die andere Taube jetzt auch? Das ist die Frage der Fregen, Leute. Frägt. Wer sagt denn frägt? Ah. Die Frage der Fragen. Komm her, große Taube. Los, du wirst zerfetzt, Mann. Ah, er drängt uns in die Ecke. Mist. Wir sind nur noch zu zweit. Komm her. Hier, dann hier hin. Oh. Okay, das war ein richtig knappes Ding. Junge, 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 Junge. Also, um ganz ehrlich zu sein, habe ich jetzt gar nicht mehr damit gerechnet, dass wir das Ding hier heute noch machen. Aber wir als die Taubengang will ich wissen, wie oft habe ich jetzt Taubengang gesagt? Schreibt es mal in die Kommentare. Taubengang, 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 Taubengang. Ah, okay. Next Löffel. So. Oh, wir sind jetzt am Strand. Sehr nice, sehr nice. Oh, da pickt auch einer hier richtig ab. So, wir zerfetzen dich hier. Komm her. Fress uns nicht alles weg, Mann. Komm her. Du dumme Taube. Komm her. So. Das sind halt die bösen Tauben. Ja, wir sind coole Tauben. So, wo seid ihr? Wo seid ihr? So. Da ist ein Ballon. Den wollen wir nicht essen. Oh, da ist jemand aber ganz schön. Attention, attention. Hilfe, Hilfe. Wir müssen... Oh, 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 oh. Okay, wieder hier unser flüssiges Brot, wollte ich gerade sagen. Nee, das wäre Bier. Aber hier, los, komm schon. Weg mit dir. Gur, gur, gur. Yes. Hier ist noch mehr. Ein paar Simitschki. Hier. Ja, aber hier war irgendwo noch eine Taube. Bevor wir jetzt hier... Da ist noch eine. Komm her. Komm her. Komm her. Wir wollen dich nur ein bisschen mit unserem Schnabel kitzeln. Oh, oh. Okay, die ist zu stark, glaube ich. Ich glaube, das könnte auch unser Untergang sein. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Okay. Bam. Wow. Okay. Okay. Unseren Squads hat es komplett zerlegt. Das könnte schon ein großes Problem werden am Ende. So, dann müssen wir jetzt mehr upgraden. Noch ein Huhn. Ein Huhn. Haha. Ich war da natürlich eine Taube, Leute. Kein Huhn. Upgrade. Zack. Upgrade. Und jetzt haben wir eins, zwei, drei, vier, 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 fünf große. Yo. Yo. Die attackieren uns ja direkt. Haut ab. Wir wollen Frieden schließen. Lass doch hier. Der Strand ist für uns alle da. Okay. Pick, 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 pick. Pick, pick, pick. Oh. Selbstmordkommando. Hilfe. Hilfe. Friss, 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 friss. Oh mein Gott. Der zerfetzt uns hier komplett. Oha. Komm her. Oh. Oh. Okay. Wir haben jetzt nur noch zwei, aber den kriegen wir auch noch. Wie viel Leben hat der? Oh, der ist noch full. Der ist noch komplett full. Aber den legen wir jetzt auch auseinander. Komm her. Pick, 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 pick. Geld sammeln wollte ich gerade wieder sagen. Mein Gott. Heute habe ich echt ein Problem mit dem Reden, oder? Komm her. Pick, 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 pick. Gut, gut, gut. Meine ich natürlich. Los. Hilfe. Oh. Das hätte auch echt übel ausgehen können, ne? Aber das Ding ist geritzt. Und das ist jetzt auch das Ende vom Video, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut nochmal im shop.arison.de vorbei. Da findet ihr nämlich die ganzen T-Shirts, die jetzt hier eingeblendet sind. Die sehen auf jeden Fall sehr, sehr nice aus. Die ganzen neuen Shirts. Und die findet ihr unten in der Videobeschreibung. Deswegen, skr, skr, checkt es out. Wir sehen uns morgen wieder bei einem weiteren Video. Und wir sehen uns halterein, Leute. Yeah. Ciao.